Hallöchen ihr Lieben und Willkommen zurück zu Don't Starve. Chester hat sich schon schlafen gelegt und es ist wieder Tag. Und ich werde mir gerade noch das Gras weg snacken. So. Bevor hier noch irgendwas anderes passiert. Das kann ich nicht mitnehmen, ne? Hm. Okay. Ich wollte jetzt erstmal noch ein bisschen Kacke einsammeln. Wir brauchen ja einen Vorrat. Wir brauchen einen Kacke-Vorrat. Gott, wo waren die denn? Wo bin ich hier langgegangen? Na nü? Na nü na na. Ach, ne, Moment. Da. Da wüsste ich hin. Oh, meine Nase juckt. Oh, ist das ekelhaft. Okay. Hm. Ja, ich wollte jetzt noch ein bisschen Kacke einsammeln und dann können wir eigentlich wieder zurück zu unserer Basis. Denn bei mir ist ja alles voll hier, ne? Inventarmäßig ist einfach kein Platz mehr dort. Und dann können wir uns so langsam daran machen, in die Mine zu gehen. Warum ist denn mein... Na nü? Warum ist denn mein Leben auf 8 und 8? Ach, weil ich ja von dem Büffel ange... ...gegriffen wurde. Hä? Das ist so schwierig, den aus dem Weg zu gehen, wenn man die Scheiße einsammeln will. Ich will ja auch nicht von denen wieder... Nü? Ich verpiss mich schon, ich verpiss mich schon. ... Ich will ja von denen auch nicht wieder angegriffen werden. Nur weil die mich nicht abkönnen, ey. So. Wieviel haben wir denn jetzt? Sieben. Ach, du liebe Glieschen. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich weiß das nicht. Ja. Wenn ich das jetzt wüsste, ne? Boah, Häschen. Mach dich mal locker. Ach, ich kann ja hier erstmal mir... Blumen in den Hals stecken, wie sonst was. Da ist noch ein Haufen. Nehme ich mit. Ich möchte da oben gerne hin, aber da ist jetzt dieses kleine, süße... Knupsi-Pupsi. Hier auch. Schnell wieder weg. Greifst du mich an? Nein. Du guckst nur doof. Das ist okay. Doof gucken ist okay. Das macht mir nichts. So. Hast du ein Baby bei dir? Alter. Hast du ein Baby bei dir? Nein. Greifst du mich an? Nein. Du guckst nur doof. Wie gesagt, doof gucken ist okay. So. Wie flammen wir jetzt? 13. Ja, die produzieren nicht schlecht, ne? Die produzieren echt nicht schlecht. Hallo. Oh Gott, du hast ein Baby bei dir. Oh, da oben ist auch ein Baby. Oh, das ist gar nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Guten Tag, guten Tag. Ich will nur die Kacke haben. Ich will nur die Kacke haben. Danke. Danke, tschüss. Oh, ich hab schon wieder Kohle. Ähm... Äh... 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 Kämpfeier... Äh... Blöd. Äh... Äh... Essen machen. Äh... Äh... Ja. Ich hoffe, dass das mit den... Mit den, äh... Berry-Büschen irgendwie was bringt. Das wäre echt nix, wenn nicht... Äh... Okay. Irgendwie wieder Platz im Inventar. Dank Wilsons Hunger. Äh... Okay. Ich hab Asche. Ach, danach wollte ich auch noch gucken. Verdammt. Da hatte ich eben die Wiki auf und hab's irgendwie nicht, äh... Gepeilt. Äh, gehst du da weg? Nein, der hat's gefressen. Oh, Mann. Blöde Sau. Ach, ich wollte noch in das Loch, ne? Ich wollte noch in das Wurmloch. Hab ich ganz vergessen. Ja, da können wir gleich auch noch reinspringen. Ist kein Problem. Hallo. Wir können ja wieder zurück. Das ist ja... Kein Problem. So. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Wo war denn das... Da oben, ne? Ach, dann gehen wir jetzt hier querfeldein. Und dann hat sich das. So. Nehmen wir noch ein bisschen ein paar Bäume mit. Kann man ja immer gebrauchen, ne? Wir haben 14 Kacke. Mh. Ich brauch ja die Kacke nur. Was? Ich bin voll. Was? Ähm. Ich brauch ja die... Lol. Ich brauch ja die Kacke nur, um, ähm... Um, 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 um... Die, äh... Farmen zu bauen. Hier wollte ich reinspringen. Um die Farmen zu bauen... Düngen kann ich die ja mit dem... Mit dem verrotteten Essen, theoretisch, ne? Theoretisch... Wo bin ich jetzt gelandet? Was? Äh. Ja, geil. Ne. Gehen wir wieder zurück. Ja, ich weiß. Davon geht die Sanity rum. Gleich schreit. Okay, das ist jetzt blöd. Da müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Oh. Naja, gut, okay. Ach, und es fängt auch noch an zu regnen. Natürlich. Natürlich, natürlich. Kann ich irgendeinem Weg folgen? Ah, nicht so wirklich. Aber die Wege sind schneller zum Laufen. Oh. Oh, 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 oh. Entschuldigung, den musste ich mitnehmen. Der Samen hat mich so angelacht. Moment, warte, das klingt falsch. Das klingt sehr falsch. So. Einen Bienenstock will ich mir später auch noch machen. Da lang. Habe ich irgendwie Lust... Ja, du mich auch. Habe ich irgendwie Lust, mir so einen Bienenstock zu machen. Ich möchte mir da so ein richtig schönes, kleines Reich aufbauen. So. Sind wir denn gleich da? Ja, ich bin schon dran vorbeigelaufen. Hehehehe. Tete, tete. Tretete. Ja, endlich wieder mein Steinbiom. Oh. Und wir sind zu Hause gleich. Oh, wir sind gleich zu Hause. Hoffe ich doch. Naja. Gleich, gleich. Wir sind gleich zu Hause. Wirklich, wirklich. Da ist ein Wurm noch? Ja, genau. Oh. Das wäre so schön, wenn ich jetzt kein Feuer anmache müsste, weil wir ja gleich eh zu Hause sind. Bitte Zeit. Bitte, 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 bitte. Yeah. Wir sind wieder da und die Büsche sind gewachsen. Oh yeah. Das ist natürlich richtig cool. Muss ich nur gucken. Ich würde, ich würde... Hä? Da bitte. Da. Was? Warum kann das denn nicht geplantet werden? Nee, ich verstehe das nicht. Aber ich hätte gerne... Da noch. So. Oh nee, ich muss niesen. Oh nee, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich verstehe das nicht. Warum? Was sind das für Geräusche? Oh nee, bitte, nicht, nicht blitzen. Alter, sind das Spinnen. Die hier rumkraxeln. Die kommen immer näher. Ach, fuck. Ja, ja, I can't carry any more stuff. Ich weiß, ich weiß. Moment, Moment. Ähm. 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 Gold? Ähm. Du kommst da rein? Du sollst das da reinpacken. Nicht Chester durch die Gegend schieben. Nee, das behalte ich mal lieber. Höh. Ach du Scheiße. Wo ist denn der jetzt eingeschlagen? Oh, ich würde es gar nicht wissen. So. Ähm. Ja. Barrelbüsche. Ganz viele. Ganz, ganz viele. Plant. 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 Damit sollten wir ja erstmal auskommen. Theoretisch. Äh. So. Den Rest. Das reicht doch erstmal, oder? Reicht das erstmal? Ich glaub, das reicht erstmal. Alter, was für Büsche wir hier haben. Nein! Du sollst das doch nicht essen. Mann, Wilson. Dummes Ding. Idiot. So. Okay. Gunpowder. Naja gut, das brauche ich ja auch im Moment eher nicht. Eher nicht so. Okay. Ähm. Chester spielt Verstecken. Okay. Ja, bis hierhin möchte ich das eigentlich auch schon so ausbauen. Also, dass hier so Ende ist. Ende im Gelände. Ähm. Ich möchte jetzt aber erstmal essen. Essen, essen, essen. Basic Farm. Improved Farm. Usain. Äh. Ach, ich muss... Ich muss einen Prototyp machen. Ähm. Da. Ja, ich weiß. Du bist so hungrig. Ich weiß. Mh. Däh. Ich brauche Gras. Oh, ich brauche wieder ein bisschen Gras. Wie gut das hier Gras ist, ey. Wusste ich gar nicht, dass man dafür Gras braucht. Krass. Gras, krass. Okay. Aber so langsam wird ja unsere Basis, ne? Da wird ja... So langsam wird da ein Schuh draus. Finde ich super. Und ja, du hast schon wieder Hunger. Du hast die ganze Zeit... Alter, der Bart. Ich wollte mir einen Rasierer machen. Hab ich schon wieder vergessen. Ach, wie kann man... Wie kann ich mir denn hier einen Rasierer machen, ey? Äh. Rasierer, Rasierer. Äh. Pitch. Bla, bla. Razor. Sehr gut. So. Alter, das ist so ekelhaft, ne? So. Meine Fresse, na. So. Daraus kannst du dir doch Kleidung herstellen, oder? Ich meine doch, du kannst dir daraus Kleidung herstellen. Kannst du nicht? Na, nü, na, na, na. Hm. Okay. Da machen wir halt noch eine Farm. Bäh. Warum kann die nicht daneben? Hä? Wie blöd. Was soll denn der Scheiß? Chester, komm mal her. Du bist, glaube ich, ein bisschen im Weg. Machen wir mal so nah, wie es geht. Da eine hin. So. Tun da einsam. Ach. Manchmal, ne? Manchmal, da möchte ich... Möchte ich schreien. So. Können wir noch eine bauen? Nö. Weil wir ein Gras brauchen. Geil. Acht Stück braucht das Ding. Das ist echt ein bisschen happig. Das ist schon krass. Acht Stück. So. Wir haben 13. Gehen wir da zurück. Dö, 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 dö. Und... Jetzt können wir uns ein Teil machen. Chester, komm mal her. Kommen Sie mal her. Sag mir nicht, das passt da jetzt nicht hin. Ich dreh durch. Nein, dann will ich das nicht. Wenn ich das nicht machen kann, dann will ich das nicht. Was? Oh. Hehehe. Ah, Mann, ey. Ja, was mache ich hier mit dem Büschen? Kann ich die da reintun? Ja, kann ich da reintun. Ähm. Blümchen für die Gesundheit. Achso, ja. Genau. Kann mir keine Kleidung machen. Boah, ich dachte gerade schon, irgendwas greift mich an. Aber ist das nur dieser beschissene Vogel? Nichts für Ungutvogel. Ach, Gott sei Dank, da kam Fleisch raus. Ist noch ein Samen, den nehme ich mit. Da können wir eigentlich auch Samen wieder reinlegen. Nein, nicht eat. Nicht eat, not eat. So. Können wir uns... Ne, Moment. Schnück, 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 schnück. Ne, hier war das. So. Nehmen wir den Stein. Machen wir mal ein bisschen... So. Äh, wie viel brauchen wir für ne Kiste? Drei Ne, will ich eigentlich noch nicht machen So I would like to, äh, kann ich das überbauen? Kann ich nicht überbauen Oh Das ist natürlich mies Was, dass ich das nicht überbauen kann, so Jetzt kann ich das nicht, was? Warum geht das nicht? Ich konnte das doch da auch dran setzen Spiel, please Wie kann ich das denn nochmal drehen? Wie konnte ich denn das nochmal drehen? Ach, du hast, oh, du hast Sag doch was Hältst du schon im Magen? Ich hab Hunger So, bisschen Essen Oh, meine Herren Oh, immer dieses Essensproblem Das ist echt mies Darum heißt das Spiel ja auch Downstaff So Irgendwas gewachsen? Nö Du hast zumindest keinen Hunger mehr Das ist sehr schön Du hast da draußen geschlafen Mensch, wie konnte ich denn dieses blöde Bild nochmal drehen? Ach, so Warum kannst du da jetzt nichts hinsetzen? Doch, kannst du So Machen wir uns in die Stelle Ich weiß übrigens nicht, ob Steinwände so gut Sind Aber ich mache sie einfach Ich kann direkt da dran Das ist natürlich Hammer So Genau, einer fehlt mir Ist okay Ist okay, ist okay Okay, und die Falle ist kaputt Das ist blöd, dass man die nicht ersetzen kann Nee, einmal drehen bitte So So ist das besser Mir fehlt jetzt genau ein Stein Boah, ist das mies Oh, ist das mies Und das wird so langsam Ich brauche auch einen Kühlschrank Ja, da ran Da muss ich auch noch eine Eisbox Ja, da brauche ich irgendwie Teile Was kriege ich da raus? Fleisch So Zumindest ist es schon mal eingezäunt Gott sei Dank Ähm So Ja Essensproblem, ne Haben wir immer noch Oder habe ich immer noch Essensproblem Was hier eigentlich schon gelöst wäre Wenn die hier wachsen Wenn da später überall Büsche dran Äh Berries dran sind Dann Haben wir das Problem eigentlich schon gelöst Da ist zumindest eins dran Sehr schön Halt So So, das haben wir auch direkt nebenan Da sind die Spinneys Auch direkt als Nachbarn einfach mal spinnen Das ist zu geil Das ist richtig super Ach, das war so klar Das ist auch noch so ein großes Ding Ich würde es ja gerne angreifen Aber ich habe ein bisschen I knew it Die greifen ja die Hasen an Scheiße sind die denn Boah Ne, so soll Danke So, wir haben zumindest drei Wie dämlich Ich habe das nur im Augenwinkel gesehen Ich dachte so Boah, he ist hier, nein What are you doing? Aber, ne Das sind so unendliche Hasenlöcher Die ich hier habe Ich meine Mich stört es nicht, ne Also von nachher Okay, das wächst Chester Was hast du noch? Was ist mit so einem Garten-Dingen? Kann ich den hier irgendwo hinstellen? Kann ich dich irgendwo hin Kann ich dich da hinstellen? Ja Gut, da haben wir jetzt unseren Garten-Zwerg Das ist super schön Was hast du noch drin? Was? The Polarity of the whole universe Boxing Kann ich, glaube ich, nichts mit machen, oder? Kann ich nicht zerschlagen? Kann ich mich angreifen? Nix Okay, dann behalte es mal Aber der Garten-Zwerg ist süß Achso Chester Gib mir mal das hier Konnte ich damit nicht irgendwas machen? Ähm Halt Rope Naja, das wollte ich nicht umdenken Aha Ich konnte doch Konnte ich nicht War da nicht irgendwie War da nicht was? Oder war da was? War da nicht? Gunpowder Achso, kann ich Gunpowder machen Ja, wie gut, dass ich das schon hab Ha, haha Äh Äh Ja, ja, it's getting late Ich weiß, ich weiß Ich muss aber gerade mal Das war Schwein Football Helmet Okay Ach, das sind hier für Pfeile und so ein Scheiß Das sind hier die ganzen Waffen Aber da war doch War da nicht was? Da war doch Pickhouse Rabbit Hunt Birdcage Cobblestone Ey, 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 ey Keine sogar Böden machen, damit diese bösen Blümchen nicht durchkommen Useful Usefulness Halt, die wir in den Haus auf Usefulness Ja, komm Haben wir Da passt nichts mehr rein, ne? Hä? Wollte Ach doch Ach doch Das Ach, guck mal Ähm Das soll das zumindest schon mal haben Ich sehe dich Komm her Nein Oh Gott, nein Was hab ich getan? Was hab ich getan? Äh Kann ich euch hier Ey Lass doch auf damit Huh Boah Alter Falter Uiuiuiuiui Hast du schon wieder Hunger? Ja Did you hear that? Alter, mach mir keine Angst, Mann Please Ich muss unbedingt die linke Seite zuhämmern, ey Das geht sonst nicht Chester steht da so Oder ich muss dieses Nest kaputt machen Aber da hab ich noch zu viel Schiss So, hier kann mich zumindest nichts angreifen Von der Seite bin ich schon mal gesichert Außer das Loch da, ne? Ah Ja Ja, ich weiß Ansonsten ist hier auch nichts, ne? Minenhelm Pumpkinlaterne Nightmare Fuel Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was das für ein Geräusch ist Fire Das hört sich echt ungesund an Ich will nicht wissen, was das ist Ganz ehrlich Ich will das sowas von nicht wissen Boah, nachher ist das wieder irgendwas, das mich Was ist das denn? I knew it Oh, ich hab so gewusst, dass diese beschissenen Hundis sind Toll Diese Musik so freudig Das sind halt richtig scheiße, die Viecher, ne? Nein, verpisst euch doch, ey Verpisst euch doch einfach Ah, böse Bienen, böse Bienen, böse Bienen, böse Bienen Nein Mano Mano Die Welt so Guten Morgen, ich scheiße auf dich Hey Die Musik voll freudig D Ist voll nicht lustig, okay Ah, die folgen mir immer noch, was? Hehehe Lass mich doch in Ruhe Mano Mano Ja, du hast gut Grinsen hier Die folgen mir immer noch Das ist doch nicht euer Ernst Beschissenes Hundi So So klärt man das in meinem Ghetto Arschloch Man Das ist doch bescheuert Ich brauch Bäume Ich hab nicht mehr genug Ach Oh wei, oh wei, oh wei Ey Diese blöden Hunde Ich muss dringend zumachen, damit die mich nicht mehr angreifen Das ist so echt das Wichtigste Bam Ja, ja So, und wie ich bei dir ein Bad rausmache Muss ich auch nochmal schauen So Äh, wie ich an Ach, wie ich Kleidung aus dem Bad mache Das wollte ich sagen Ich bin schon Boah, mein Gehirn, Alter Brainfuck So Und ich könnte mir theoretisch auch Bäume dahin setzen Bei mir zu Hause Aber Ich weiß nicht Vielleicht mach ich das später mal Aber Jetzt ist es noch nicht so Na, mir mit Mir mit Ich hab jetzt auch keine Lust Ähm Da die Schaufel rauszuholen Boah Diese beschissenen Hunde Ich muss da so dringend zumachen Das geht gar nicht mehr Und dann finden die auch noch den Weg da rein, weißt du Das ist doch nicht wahr Finde ich echt nicht lustig Boah Also ich glaube Das wird sich noch einige Zeit in die Länge ziehen Mit dem Wir werden in die Mine gehen Weil Däh Einfach Däh Äh Wird gleich schon wieder Abend Ey, das ist Sonnensprach Ich möchte erstmal mein Häuschen sichern Ganz ehrlich Ich kann mir auch kein Tor machen, ne So, es existiert irgendwie nicht Was ich irgendwie voll los finde So Wir haben 20 24 Das ist sehr gut Ähm Ähm Da Spitzhacke Steine Spitzhacke Spitzhacke kaputt Ich brauche Steine 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 Aber da gehe ich mal einfach von aus Also Steinwände Ich hoffe es zumindest Wenn nicht, habe ich ein Problem So, oh, die Nächte werden wieder länger Das ist natürlich auch echt Töfte Ist echt super Wie geht's hier Wo geht's nochmal nach Hause Da geht's nochmal nach Hause Und böse Bienen gibt's auch Mittlerweile Mann Ja, okay Wir haben schon hier 19 Tage, ne Aber müssen die jetzt auftauchen Können die nicht irgendwie wann später auftauchen Mann, ey Oh, scheiße 14 Okay So Ah Ist hier irgendwas gewachsen? Ja Das da Aber das muss glaube ich noch Ähm Ne Ne, ne Hier Erstmal alles verbraten Und dann Ja, ja Ich weiß So Nein, du sollst es aufnehmen Oh, Mann Kannst du da noch ein bisschen was draufknallen? Ja Kannst du das wieder nehmen? Ach, guck mal Ich kann das reparieren Ich will das aber gar nicht reparieren Ich will das da fertig machen Mensch Da So will ich das haben So, mal von der anderen Seite Oh Äh Okay, wir haben zumindest alles zu Das ist fantastisch Huch, da ist ja noch so ein Ding Achso Ah, ich verstehe Ah, ja, ja, ja Ich hab eindeutig Ähm Das kann ich mal bitte droppen Dann haben wir da gleich wieder ein bisschen Ähm Hier Verrottetes Was ich Sehr gut als Dünger benutzen kann Was bringt mir das denn hier? Gibt das irgendwie was? Naja Immerhin Also Guck mal Jetzt kann man das auch aufnehmen Geil Ähm Möchte ich da oben offen lassen? Ich möchte hier oben tatsächlich offen lassen Möchte ich? Ja, möchte ich Huch Da ist ein Kürbis raus geworden Wie geil So Ist die Frage Wie weit gehe ich denn in die Breite? So Ich möchte hier oben offen lassen Weil Dann kann man da noch durch Es wird Es wird so langsam Ja Kann ich euch schon ernten? Tatsächlich Ach ist das schön Ich brauche nur noch einen Kühlschrank Oh Das wäre so super So Erstmal noch mal was namzen Und dann würde ich sagen Ist die Folge auch schon wieder zu Ende Ihr Lieben Ich hoffe Die Folge hat euch gefallen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder von Don't Starve Bis dahin Tschüss Bis dahin Tschüss D